Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sommerzeit ist Badezeit, ist Picknickzeit, ist Brötchenzeit. Und mit einem wärmeren Tag kommt meistens auch die Lust auf etwas Lichtes, das schnell geht und man gut mitnehmen kann. Nicht ohne Grund macht Ihnen die Coop jetzt dieses Angebot. Apézeller Classic, Apézeller Sourchois und Apézeller Coop Naturaplan zum Aktionspreis. Und Apézeller Käse, die grosse Spezialität aus einem kleinen Land, liefert Ihnen dazu gerade das passende Rezept. Grüezi miteinander, ich habe es probiert. Es ist ein herrlich rassiger Apézeller Kässalat und der geht so. Nehmen Sie Ihren bevorzugten Apézeller und raffeln ihn mit der Öst in Raffeln. Eine Zwiebel in schöne Scheiben schneiden. Dann Äpfelessig, Mayonnaise, Senf, Salz, Pfeffer und den Bontschmiedlauch zu einer Soße verrühren. Den Apézeller damit beträufeln und mit den Paradieschen garnieren. Und als Variante kann man den schmackhaften Salat mit Tomatenschnitz oder Äpfelscheiben zubereiten. Das unkomplizierte Rezept für einen warmen Sommerobing kann man gut behalten. Sie finden es zusammen mit weiteren lustigen Apézeller Rezepten am Gestell in der Kotmolkerei Abteilung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke Armin. Apézeller Käse gibt es übrigens schon seit mehr als 700 Jahren. Und trotz moderner Maschinen ist das Handwerk in vielem geblieben wie Anodazomal. Auch das Leben der Bauern und Sennen im sanften Hügelland zwischen Alpstein und Bodensee hat sich nicht gross geändert. Trotzdem bleibt die Zeit nicht stehen im Gegenteil. Der Apézeller ist bekannt für seinen Witz und für seine guten Ideen. Die neueste gelungene Idee ist die hier. Der Apézeller Swiss Army Cheese. Ein feinwürziger Schmelzkäse in einer praktischen und originellen Dose. Auch der passt bestens in die Sommerzeit zum Picknicken, zum Wandern, zum Velofahren. Und als Zwischenverpflegung bei der Ausübung von einem weit verbreiteten Hobby ist er geradezu unschlagbar. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Regelmässige Pflege schützt das Auto vor vorzeitigem Rost. Die Farben bleiben länger schön und es behaltet vor allem den Wert. Für die zuverlässige und einfache Reinigung von allen Innen- und Aussenteilen von Ihrem Auto finden Sie in unseren Bau- und Hobbymärkten ein komplettes Sortiment an bekannten Markenprodukten wie Armor All, Turtle Wax und Gobe Car Care exklusive Marken. Das Auto ist blanke, jetzt müssen nur noch die Velo aufs Dach und dann geht es los in Richtung Süden. Am bequemsten ist es mit dem neuen Dachlift von Unitec, wo Sie im Go-Bo und Hobby jetzt günstiger überkommen. Die Velo in Griffhöhe montieren, anheben, reinschieben und fertig. Kindersitzli schützen die Kinder im Auto am besten vor schlimmen Unfallfolgen. Alle Kinderrückhaltensysteme, die im Go-Bo und Hobbymärkten verkauft werden, erfüllen die neuesten europäischen Normen und bringen die kleinen Passagiere sicher und bequem ans Ziel. Im Sommer steigen die Temperaturen im Auto schnell einmal auf 50 Grad und mehr. Mit leicht montierbaren Thermoschutz- und Klimafolien und mit faltbaren Springblenden kann man sich vor übermässiger Sonnenbestrahlung im Auto schützen. Gewappnet gegen die häufigsten Pannen ist man mit unserem breiten Angebot an Pannenhilfe. Und wenn man sie hoffentlich nie braucht, im Notfall bleibt man damit bestimmt nicht lange im Regen stehen. Und noch ein letzter Hinweis. Philips Car Radio und CD-Wechsler aus unserem Bau- und Hobbymärkten sind diebstahlsicher. Nach dem Wegnehmen des Bedienteils bringt eine Warnlampe und signalisiert, dass jeder Versuch, das Gerät zu stellen, reine Zeitverschwendung wäre. Keine Zeitverschwendung ist auch der nächste Beitrag. Man kann nämlich wieder Geld sparen mit unseren Aktionen. Appenzellerkäse, zum Beispiel der Mildi, kostet 16 Franken. Zwei Schauer-Deo kommen Sie über zum Preis von einem für 5,60. Mit der Go-Profit-Karte gibt es Semmeli oder Mützli für 30 Krabben. Und ein Sodastream-Gerät mit eingebautem Glaszylinder und drei Abfüllflaschen offerieren wir Ihnen 66 Franken günstiger, denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Wieder einen schönen Abend und auf Wiedersehen.